Heute kommen wir zu einer Windel von Abu, die nur um ein Haar ihren Weg hierhin gefunden hat. Wer meine anderen Videos zu Abu verfolgt, wird sich denken können, warum, dazu später mehr. Dass sie nun doch getestet wird, ist einem von euch zu verdanken. Lukas Offline ist ein treuer Zuschauer, der schon eine ganze Weile meine Videos schaut und auch in der WhatsApp-Gruppe aktiv ist. An dieser Stelle nochmal Danke an Lukas für den Support. Wer ihn unterstützen möchte, kann gerne auf seinem Kanal vorbeischauen und ihn abonnieren, falls euch seine Videos gefallen. Mit der Little Kings war Abu einer der ersten, die versucht haben, den Stil von Pampers Kinderwindeln in groß nachzubauen. Das heißt, vorne auf der Klebefläche und hinten am Po ist jeweils ein größeres Motiv. Der Rest ist eher schlicht, man findet dazwischen keine größeren Motive, sondern nur kleinere Punkte, Dreiecke oder ähnliches. ABDL-Windeln gingen lange Zeit anders an die Sache heran, sie wurden mit einem wiederholenden Muster auf die gesamte Fläche bedruckt. Krinkels ist eine der ältesten. Die Motive sehen süß aus, es ist allerdings ein eigener Stil. Das war lange Zeit technisch begründet, dazu später noch mehr. Die Little Kings hat innen den gewohnt hohen Auslaufschutz. Verklebt wird sie mit Klettverschluss, wie es auch bei Pampers Kinderwindeln der Fall ist. Kinderwindeln nutzen jedoch nur einen Kleber pro Seite, also insgesamt zwei statt vier. Abu weicht in diesem Detail vom Vorbild ab und das ist meiner Meinung nach gut, es gibt ein paar ABDL-Windeln, die es mit zwei statt vier Klebern versuchen. Alle, die ich bisher getestet habe, konnten mich bestenfalls mittelmäßig überzeugen. Es gab sogar mal eine Windel mit sechs Klebern. Das hat keinen Vorteil gebracht, aber sie hielt trotzdem besser, als nur zwei Kleber. Vier Kleber sind für den Sitz und halb meiner Erfahrung nach am besten. Der Körper von Erwachsenen oder auch Jugendlichen ist von den Proportionen her anders, als bei einem Baby oder Kleinkind. Außerdem geht dort weniger in die Windel, als bei uns. Bei der Passform hat mich nichts überrascht, weder positiv noch negativ. Größe M hat gut gepasst, wie bei anderen Abu-Windeln ebenfalls. Sie fühlt sich an wie eine normale ABDL-Windel, nicht dünn wie eine medizinische, aber auch nicht übermäßig dick. Das bestätigt die Messung des Leergewichts, 202 Gramm sind etwas unterdurchschnittlich. Im Praxistest hat sie es auf ein Gesamtgewicht von knapp 2 Kilogramm gebracht. Damit liegt sie etwas über dem Durchschnitt der bisher getesteten Windeln. Der Nässeindikator hat sich beim Füllen wie erwartet verfärbt. Er sieht den von medizinischen Windeln ziemlich ähnlich, ist allerdings farblich leicht anders. Im ABDL-Bereich ist das selten. Es gibt nur wenige Windeln, deren Füllstand man an einer Anzeige von außen sehen kann, wie die Little Paws, um ein Beispiel vom gleichen Hersteller zu nennen. Technisch gibt es zwei bemerkenswerte Dinge. Es war eine der ersten Windeln im Positionsdruck. Nur dadurch sind solche komplexeren Muster möglich. Beim Positionsdruck wird die Windel exakt geschnitten. Man weiß daher, dass zum Beispiel der Löwe immer vorne und hinten an der gleichen Position ist. Der klassische Druck kennt das nicht und schneidet wahllos. Daher kann es bei Krinkels auch mal passieren, dass der Kopf eines Tieres oben abgeschnitten wird. Mittlerweile gibt es weitere Windeln im Positionsdruck. Die Technik ist noch recht neu und es kommen daher immer wieder neue Windeln hinzu. Wenn du meinen Kanal abonniert hast, erfährst du alle Neuerscheinungen in den Windel-News. Die zweite Besonderheit der Little Kings ist das Außenmaterial. Sie setzt nicht auf Folie, wie die anderen. Sondern Karten Qualitativ ist es besser, als man es von medizinischen Windeln her kennt. Dort fühlt sich die Oberfläche oft ziemlich rau an und ist grob, sodass man Fusseln beim genaueren Hinsehen bemerkt. Bei der Little Kings hat man sich mehr Mühe gegeben, sodass die Oberfläche sich weniger rau anfühlt. An das weiche Plastik einer Folienwindel kommt sie allerdings nicht heran, das ist nochmal deutlich weicher. Vor allem Tückables ist hier in meinen Augen führend und bekommt das derzeit von allen am angenehmsten hin. Wenn man ein Klon von Pampers sein möchte, gehört Karten zumindest für einen Teil dazu, da Pampers seit den 1990er Jahren keine Windeln mehr aus Folie macht. Viele von euch sehen das anders, eine Umfrage auf meinem Kanal hat ergeben, dass die große Mehrheit lieber Folie als Außenmaterial mag. Das scheint aber von Abu gewollt zu sein, bis zur Little Kings ist mir keine ABDL-Windel mit Karten bekannt. Alle hatten Folie. Wer Karten wollte, musste zu medizinischen, unbedruckten Windeln greifen. Somit hat man dieses Produkt bewusst für die Nische von euch entworfen, die lieber eine zu textilähnliche Oberfläche mögen. Das wirkt sich erheblich auf den Preis aus, die 10er Packung hat satte 39,95 Euro gekostet. Mit fast 4 Euro pro Windel hat die Little Kings den Platz der teuersten Windel sicher, die bisher getestet wurde. Und damit sind wir bei meinem größten Kritikpunkt, die Little Kings ist viel zu teuer, deswegen habe ich sie bisher nicht getestet. Es ist natürlich klar, dass wir von einem Nischenprodukt reden. Davon werden weniger Windeln produziert und verkauft, somit muss eine Kartenwindel teurer sein, als die normalen. Selbst wenn man das berücksichtigt, finde ich den Preisaufschlag extrem. Die Kriter Caboose zum Beispiel hat im Praxis des deutlich mehr ausgehalten, fühlt sich etwas dicker an und kostet lediglich etwa 2,74 Euro pro Windel. Vom Motiv her versucht sich Reas damit ebenfalls an einer Windel, die recht ähnlich zu Pampers sein soll. Wer nicht zwingend eine an Pampers angelehnte Optik haben möchte, findet noch viele weitere süßbedruckte Windeln, die man für deutlich weniger Geld bekommt, als bei der Little Kings fällig werden. Durch die Außenfolie sehen diese oft farbenfrauer und kräftiger aus, als beim Airmatten Karten. Während des Tests hat Abu tatsächlich die Preise gesenkt und verlangt nun 3,60 Euro pro Windel. Trotzdem bleibt es damit die teuerste. Ich finde die Alternativen besser, da sie sich weicher anfühlen und deutlich weniger kosten. Außerdem neigt Karten viel eher dazu, nach Urin zu riechen, vor allem nach längerem Tragen. An der Seite finden die Karten-Fans unter euch den Test der Teddys Ultra als Alternative. Und alle anderen noch viel mehr ABDL-Windeln, die ich ausprobiert habe. Dort sollte für jeden von euch etwas dabei sein, egal ob ihr lieber Karten oder Folie mögt. Bleibt trocken, bis zum nächsten Mal! Möge 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 melet